So, jetzt wieder etwas Trauriges. Und zwar ist das ein Sammelband von, oder der Papierende Freund, wurde herausgegeben von Wolf Kaiser. Das ist ein Sammelband von 30 verschiedenen Autoren und Autorinnen, 20 weibliche und 10 männliche. Und zwar sind das Tagebücher von jungen Leuten, die damals in Arbeitslager gewesen sind oder zur Zwangsarbeit gezwungen wurden, die sich versteckt haben, die halt verfolgt wurden. Und die sind im Alter zwischen 11 und 24 Jahren und wurden jetzt halt das erste Mal auf Deutsch veröffentlicht. Und zwar gibt es das schon länger so im amerikanischen Bereich und wurde jetzt das erste Mal auf Deutsch veröffentlicht. Und da drin sind halt die Tagebücher, die gefunden wurden oder die nach dem Tod der Kinder oder der Autoren veröffentlicht. In diesem Band geht es halt auch darum, also die sind alle untergliedert zwischen den Ländern, also quasi Österreich, Deutschland, Menschen kamen aus den Niederlanden oder aus Prag oder sonstiges. Und man hat auch jeweils ein Foto zu den Kindern, sage ich jetzt einfach mal, die dieses Tagebuch geschrieben haben. Die meisten davon haben den Krieg auch nicht überlebt, sind halt gestorben oder sind an Krankheiten gestorben oder wurden vergast oder sind halt gestorben, sage ich mal so. Und die meisten haben jetzt auch die Familien, haben jetzt quasi die Tagebücher freigegeben oder auch der eine Junge, ein zwölfjähriger Pavel Weiner, der war in der Theresienstadt, die ja auch so was wie das Ghetto war und da wurden ja auch viele dann getötet. Und er ist dann, er hat den Krieg überlebt und er ist in die USA ausgewandert. Und erst nach seinem Tod im Jahr 2010 wurden die Aufzeichnungen freigegeben und veröffentlicht. Und ebenfalls hat eine 15-jährige hier ihr Tagebuch veröffentlicht, aber die hat leider den Krieg nicht überlebt und wurde erschossen. Und man hat dann halt das Tagebuch gefunden und das wurde dann halt veröffentlicht. Und ja, also wer gerne, oder ich finde es immer wichtig, gerade jetzt auch für Leute, die in meinem Alter sind, dass man so eine Geschichten und die Geschichten der Menschen, das ist ja eigentlich eine Zeitgeschichte, dass man das immer wieder aufholt, weil es halt auch Teil der Geschichte ist und ich das wichtig finde, dass man sowas auch nicht vergisst, was da passiert ist und man auch an die Person denkt und die damit auch ein bisschen ehrt, dass man deren Geschichten nicht vergisst oder das, was damals so passiert ist. Genau, ja. Vielen Dank.